Hallo und herzlich willkommen! Wir bauen uns heute den Sound ein. Das ist gar nicht mehr so wie im LS17er, sondern neuer. Das heißt, wenn wir hier unsere Map haben, also wir machen das jetzt bei Hoppenheim, muss ich es sowieso machen, haben wir doch uns hier die Map.de Sounds. Da muss man erstmal gucken, hier bei der Map.de XML, also Map.de XML ist es bei mir. Jetzt müssen wir gucken, wo der Sound ist. Hier ist er, der ist schon eingetragen, da steht nicht Dollar Data, sondern Maps.sound.de. Ist richtig, Maps.sound.de. Gut, das ist schon mal eingestellt. Das heißt, er nimmt diesen Sound hier, die Datei. Okay, jetzt müssen wir im Editor, müssen wir uns die Datei laden. Jetzt müssen wir mal schnell gucken, Maps.sound.de. Dann ist das alles hier. Wir öffnen den, dann gehen wir mal zu Fauna. Bird, wissen wir, also Vögel, dann vögeln wir hier mal die Vögel hin. Kann man auch kopieren, ist egal. Ja, wo sind sie dann, denen alle da oben? Wo machen wir noch Vögel hin? Hier zum Beispiel, ist auch noch schön hier. Dann machen wir den noch dahin vielleicht, hier so. Oh, der müsste aber schon ein bisschen höher sein. Wo ist er denn? Na komm. Sei doch lieb zu mir. Ja, das ist gut so, ne? Man kann natürlich, wenn wir jetzt Play drücken, hören wir nichts. Haha, der ist gut. Äh. Äh, warum hören wir nichts? Wir sollten doch was hören. Normalerweise geht's. Komisch. Müsste aber hier, ne? Machen wir hier auch noch ein bisschen Vögel hin. Das ist Nachtäule oder sowas. Dann machen wir noch hier Vögel. Hier vielleicht noch ein Vogel. So, hier. Dann hier noch ein Vogel. Ne, da drüben haben wir noch keine Vögel hier, ne? So. Ja, das ist gut. Dann hört man das auch. Mooningbird. Ja, da kann man jetzt auch noch drüben einen machen hier. Wie gesagt, man kann die auch kopieren. Man sollte nur die Ordner... Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Und das komische ist, ich höre ja gerade nichts. Ne? Das müsst ihr ja hier piepen und machen hier. Ne, das ist an. Ja, das weiß ich nicht. Wieso? Das ist ja nicht Vögeltier. Aha. Aha. Hast du das gesehen hier unten? Ja, das geht nicht. Da gibt's Errors. Ja, dann löschen wir die ganze Scheiße, ne? Das ist jetzt aber blöd. Ja, da müssen wir hier mal reingucken, du. Was stimmt denn hier nicht? Aha. Da haben wir keine Sounds drin, ne? Das müssen wir jetzt ändern hier. Suchen, ersetzen. Dollar Data. Jetzt müssen wir mal gucken, dass er das richtig gemacht hat. Dollar Data Sounds. Jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Nachkontrollieren. Data Sounds. Richtig. Also, jetzt hat er's geändert. Ich muss schon speichern hier. So. Dann hören wir aber auch was im E-Dings drin hier, ne? Holen wir die Birds wieder rein. Und keine Fehler mehr. Und wenn wir dann hier jetzt einschalten... Jetzt müssen wir die Scheiße nochmal platzieren hier. Jetzt wahrscheinlich könnte es jetzt sein, dass es scheißlaut wird, wenn ich jetzt einschalte. Und jetzt können wir hier, wenn du ganz gut hörst... Das Donnern hört man zwar. Aber wenn wir näher hinge... Du solltest es hier machen. Wieso machst du das immer da? Du solltest es hier machen. Böder Pissen, Elke. Jetzt habe ich mich total verklickt. Wo war denn jetzt der Zweite hier? Ja, hier ist er doch. So. Ja. Das sind hier die kleinen Vögelchen hier. Dann haben wir hier... Was haben wir denn hier noch? Fein. Das sind auch Vögel. Das ist gut, wenn das so ein bisschen hier birzt hier. Dann haben wir hier drüben noch hinge... Wo haben wir noch gepflanzt gehabt? Hier. Ja, hier schön Vögelchen hier. Dann haben wir hier drüben noch irgendwas gepflanzt hier. Wo machen wir denn das hier? So hier zum Beispiel hier, ne? Ja, sehr schön. Na, vielleicht hier ein bisschen, ne? Dass man das auch hört, wenn man da mit dem Träger vorbeigurkt hier. Hier drüben brauchen wir auch noch ein bisschen Vögelchen hier. Was haben wir denn hier noch Schönes? Jetzt müssen wir näher hin. Das ist gut. Das ist Wald. Das ist super. So. Coolie down. Da gehen wir auch irgendwo hin, wo wir nicht so viel haben. Aha. Das sind Mögen. Ach. Ich weiß. Ich hab noch Wasser hier drüben, ne? Das ist doch hier genial hier. Das ist doch hier. Das sind die hier. Die Ballen mal hier rein hier, ne? So. Da noch einen. Da hinten noch vielleicht noch einen hier, ne? So. Wir arbeiten uns von oben nach unten. Der Donner ist halt so. Das sind noch mehr von denen. Können wir noch mehr reinballern hier. Hier. Gully 2. Da drüben vielleicht noch einen. Und irgendwie da drüben noch einen. Machen wir das wieder zu. Noch mehr. Small. Ja. Alles rein damit. Alles rein damit. Man muss es zwar nicht. Man kann es auch rauslöschen. Nur die... Die Ordner sollten wir, glaube ich, lassen. Ein Adler. Ja, ein Adler. Der gehört natürlich hier in die Berge hoch, ne? Jetzt haben wir hier noch so einen kleinen Bird hier. Den machen wir bestimmt hier hin, oder? Aha. Nachteule. Ja. Das ist aber eher irgendwo im Außenbereich, ne? So eine Eule hier. Da hier drüben. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier wäre doch das Schöne so eine Eule hier. Das wäre doch schön hier. Wo haben wir noch hier was? Hier oben könnte man theoretisch auch noch so einen... Haben wir gerade eine Glocke gehört. Ein Wutschbäcker. Ein Specht. Ja, der kann natürlich auch... Ja, hier, ne? Immer schön... Spechten hier. Machen wir ein bisschen mehr hier, ne? Ja, das ist natürlich im Spiel nicht so, aber... So, jetzt haben wir die Vögel drin. Jetzt gehen wir hier weiter. Gucken. Dogs. Hunde. Ja, natürlich. Hunde müssen natürlich auch rein. Die machen wir natürlich irgendwo... Ja, hier ist da ein schöner Park hier, ne? Können wir doch den schön wunderbar hier reinmachen. Hier oben im Hof machen wir keinen hin, ne? Hier drüben... Ne, auch nicht. Das müssen wir schon ein bisschen hier zum Beispiel, ne? Das wäre doch hier, wenn es ein Hund hier, ne? Frog. Ja. Ja, von mir aus. Du weißt doch, die Frösche hier. Balle mal hin. Frogloop. Ja, kommt noch mehr. Kriegs. Was sind Kriegs? Ich höre nix. Balle mal irgendwo hin. Gut. Dann haben wir die, glaube ich, auch. Ja, das ist weg, ne? Details. City. Caralarm. So ein Auto piepen. Das wäre doch eigentlich hier... Bleh. Eher... Da vielleicht hier ist er, ne? City Sounds. Müssen wir noch aufmachen. Da ist gar nichts drin. Dann haben wir Car. Nochmal mit dem Car. Und dann müssen wir hier vielleicht noch irgendwie... Vielleicht hier oder so, ne? Dann machen wir das wieder zu hier. Sonst, das haben wir schon gehabt hier. Crunchbell. Ne? Was ist denn Crunchbell? Natürlich die... Dem Bim Bom. Ich habe ja genug von denen dabei hier. Von den Kirschen hier. Die ballern wir jetzt hier schön in die Glocke rein. Hier, das kommt so ein bisschen authentischer. Wo haben wir denn noch eine Kirsche? Da oben haben wir noch eine hier. Neunmal Bim Bom hier. Das wird denn alles... Äh... Ausgelöst hier. Out... Dings. Ne? Zufällig. Ähm... Ich bin gerade verwirrt. Wo ist denn jetzt hier... Pferde? Wieso soll ich Pferde hier? Wir gehen mal hier hin. Ja, das sind Pferde. Aber wo machen wir denn Pferde? Wir haben doch hier keine Pferde hier. Wir könnten das natürlich auch hier so... Weg. Können wir auch mal. Einfach weg. Wenn man es nicht sieht, dann hören wir es auch nicht. Gut. Den Crunch haben wir. Electric... Pssst. Das haben wir natürlich auch hier. Irgendwo so eine Elektrik-Scheiße hier irgendwo, ne? Kann man natürlich hier irgendwo... Weiß ich nicht. Vielleicht hier drin? Brauch ich eigentlich nicht, ne? Ach, das scheißt mal irgendwo rein hier. Das ist einfach so so ein... Pssst. Das hört man eigentlich fast gar nicht. Ne? So. Das da hinten, die Pärchenglocke bammelt schon. City. Gehört das... Das gehört zu City, ne? Harbour. Da müssen wir mal hören. Aha. Es knackt. Es knackt. Wo knackt es denn? Ja. Wo machen wir das rein? Hier vielleicht so? Das manchmal ein bisschen so knattert und sowas. Wo könnten wir das noch reinmachen hier, ne? Ein bisschen so knacken oder sowas hier. So. Vielleicht hier drin? Dass das da auch noch ein bisschen rumknackt. Äh. Wo hätten wir denn hier vielleicht noch was hier so? In der Fabrik vielleicht hier. Auch ein bisschen knattern. Ein Kran. Oder? Ja. Wo könnte man... Ein Kran hier vielleicht, ne? Bei der Sägerei. Natürlich. Könnte man auch machen. Metall krachen. Metall krachen. Äh. Du bist lustig. Wo machen wir denn hier mit... Hier oben haben wir noch was. Können wir auch noch einen Sound reinballen? Ja. So ein Knacksen, ne? Harbour Small. Das ist ja auch wieder was hier. Knackst. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Wenn man ein bisschen mehr knackst und rattert. Hey, hier ist das blöd, ne? Hier vielleicht, ne? Hier ist vielleicht auch mal was. Mache ich das unter den Kran vielleicht? Ja, die sind ja am Reparieren hier. Und dann noch ein bisschen Metallgeräusche hier. Animal Shop. Das wissen wir. Das gehört hier oben. Hin zu unserem Ding. Da machen wir auch ins Haus. Ne? Das ist ja... Boat haben wir nicht. Machen wir irgendwo da raus, ne? Vielleicht hinten. Was ist das hier? Nochmal gucken. Aha. Erde, die runterfällt. Ist natürlich hier, wäre das super, ne? Dass das hier so ein bisschen runterballert. Jingle. Das wird wahrscheinlich hier... Äh. Na gut, ich mach das jetzt einfach irgendwann hin, ne? Hier können wir auch Metall krachen, hier. Ist ja auch... So ein bisschen zu... Zu deftig hier, ne? Ein bisschen... Ja, hier vielleicht, ne? Woodcracker. Das ist ja hier... Das ist ja hier... Nee, das ist... Woodcracker ist ja was anderes, hier, ne? Das sind ja die Bäume, die hier krachen. Was haben wir denn noch hier? Ach ja, den hab ich gesucht, hier, ne? Die Sägerei, hier. Da gehen die Bäume rein... Und die werden dann hier gesägt. So. Und dann... River haben wir auch noch. Alter Scheiße, hier. Da ist irgendwie nix drin. Wo waren wir denn jetzt gerade hier? River. Sounds. Wasser. Ja, das ist halt das... Das Plätscherwasser, ne? Jetzt hab ich hier wieder einen vergessen, hier. Und das Sounds ist das hier, ne? Ja, das müssen wir hier machen. Ich hab doch hier... Weißt du? Ich hab doch hier die Bänkchen. Dass man da, wenn man hier sitzt, auch so einen Plätscher hört. Machen wir das wieder zu, hier. River Small. Haben wir zwei River? Ne, wir haben sowas nicht. Der darf hier in die Mitte gehen. Den brauchen wir nicht. Wasserfall brauchen wir theoretisch nicht. Löschen wir alle raus. Wind. Wo waren wir jetzt hier? Wind. Ja, Wind können wir natürlich hier schon... irgendwo in die Höhe machen, hier, ne? Oh. Ich glaub, das ist eigentlich hier einer... Ne, passt schon. Wind Lower Motion. Ja, das lassen wir so liegen da, ne? Das kommt eigentlich ganz gut. Wo ist denn der hier? Der ist fast in der Mitte hier. Kommt auch nicht schlecht. Einen hab ich doch noch verloren hier. Ach, der ist ganz groß. Dann hab ich hier Lake. Was ist der Lake? Aha. Auch wieder Wasser. Das machen wir aber hier oben, hier. Das ist so ein bisschen mehr hier. Was? Das ist auch ein bisschen größer hier. Jetzt haben wir hier die Audio Map. Der muss da oben sein, ne? Der muss da sein. So, jetzt haben wir alle Sounds hier geparkt, wo wir die haben wollen. Wir klicken alles, die Audio Group... Den brauchen wir nicht mehr. Eindlich Ruhe hier, ne? Jetzt haben wir alles platziert, wo wir es eigentlich haben wollten. Jetzt exportieren wir das wieder. In unsere Sound, also Mapsound.de Hier, Map.de Sound Ja, überschreiben Da unten sieht man es. Er hat es gemacht. Und hier drin können wir es löschen. Jetzt haben wir das exportiert. Und das wird dann nachher im Spiel geladen. Äh, ich bin noch am speichern. Ich wollte bewegen. So, jetzt haben wir die Sounds eingebaut, angepasst. Und im Spiel drin wird es dann hier schön sounden hier. Da, wo es hingehört, ne? Wir hätten natürlich noch mehr Hunde reinnehmen können. Aber das passt so. Gut. Ähm. Ja, mehr ist es nicht, ne? Das läuft so. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tschüss.